Ich meine, es ist ja eigentlich nicht schlimm, aber wenn man da ein Video machen möchte... Meinungen haben ein riesiges Potenzial für Missverständnisse. Allein schon, weil die meisten immer noch nicht verstanden haben, was eine Meinung überhaupt ist. Begriffe wie Meinungsfreiheit unterstützen den Glauben, eine Meinung sei etwas individuell Richtiges. Das ist falsch. Ja, die Tatsache, dass jemand der Meinung ist, etwas sei, so heißt er noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Der Obrigkeit suche die Deutsche, geht aber davon aus, alles was erlaubt ist, ist auch richtig. Der Gesetzgeber wird schon dafür sorgen, dass auch alles seine Ordnung hat. Das ist natürlich Quatsch. Meinungsfreiheit bedeutet, jeder darf eine eigene Meinung haben und darf auch selber darüber entscheiden, was das für eine Meinung ist. Das ist gewissermaßen das genaue Gegenteil der Philosophie vom Ordnungsamt. Es ist ein Gesetz, das uns vor dem Staat schützt, sodass der niemanden wegen einem Gedankenverbrechen anklagen kann. Du darfst denken, was du willst. Du darfst auch denken, dass der Staat nichts drauf hat. In der DDR durfte man das nicht, da bei einem Gedankenverbrechen bereits eine vollwertige Straftat. Da die Regierung nachweislich nicht immer richtig liegt, ist das Recht auf Meinungsfreiheit gut und wichtig. Da man denken darf, was man will, darf man aber auch Sachen denken, die nicht der Wahrheit entsprechen. Auch das ist Meinungsfreiheit. Man darf denken, dass es 411 auch außerhalb Islands gibt. Man darf denken, dass die Apollo-Missionen im Studio gedreht wurden. Und man darf denken, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Das sollte man niemandem sagen. Aber denken darf man das erstmal alles. Denn das tut keinem weh. Nur davon muss es eben auch nicht so viel stimmen. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, jede Meinung ist erlaubt. Und nein, nicht jede Meinung ist richtig. Das ist nämlich ein sehr beliebtes Argument von Neonazis. Was denn? Das ist eben meine Meinung, dass die Ausländer raus sollen. Ich habe ein Recht auf meine Meinung. Die dürfte mir nicht ausreden. Und das Schlimmste ist, es funktioniert. Ausgerechnet beim Thema Nazis, wo ein bisschen Aufklärung vielleicht nicht das Schlechteste wäre. Dann drehen wir uns weg und sagen, nein, mit Nazis diskutiere ich nicht. Da denkt womöglich noch jemand, ich rede mit denen. Und dann glauben die womöglich auch sowas. Das führt zu diesem stillschweigenden Abkommen, dass Nazis von niemandem auf sachlicher Ebene in Frage gestellt werden. Manchmal doch mit dem Argument, mit denen kann man doch sowieso nicht reden. Ja, etwa mit euch? Wer würde denn den Argumenten eines sogenannten Rechtsradikalen zuhören? Dabei wäre es doch spannend. Warum glaubst du, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat? Den Beweis würde ich mal sehen. Es gibt kaum eine Meinung, die man besser argumentativ zertrümmern kann als Nazi-Ideologie. Was bringt denn ein stumpfes Verbot, den Holocaust zu leugnen? Die Frage ist doch, warum ist denen das wichtig? Glauben die allen Ernstes, dass das ihre rassistischen Ideen besser macht? Heißt das, man soll Juden umbringen, aber wir haben es nicht gemacht? Was soll der Schwachse? Ist mir doch scheißegal, wer wann wen umgebracht hat. Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass man es nicht darf. Menschen töten geht einfach nicht. Oder müssen wir das jetzt echt ausdiskutieren? Also das heißt nicht, dass ich die Frage verbiete. Es gibt gute Gründe, warum Mord in meinen Augen nicht in Ordnung ist. Und wenn jemand wirklich nochmal möchte, dass ich das auseinandernehme, dann soll er mir einen Kommentar schreiben. Ich mach das. Ich seh auch nicht, wo das Problem ist. Stellt alle Fragen, die ihr habt. Wenn ein Nazi mal diskutieren würde, anstatt drauf loszuprügeln, dann wäre ich ja froh. Wenn ich entscheiden muss, dann höre ich mir lieber an, dass ein Ausländer doof ist, als dass er tot ist. Bei ersterem kann ich wenigstens widersprechen. Wer weiß gar nicht, was ein Nazi ist. Ich meine, klar, er ist böse und dann zum Tick mit seinem rechten Arm. Aber wann immer ich jemandem diese Frage stelle, höre ich nichts als dümmliche Floskel. Allgemeines Geschwafel über rechte Gesinnung oder braunes Gedankengut. Ehrlich, Leute, nennt die Sache einfach mal beim Namen. Falls ihr ihn überhaupt kennt. Wenn euch eine Farbe wichtiger ist, als die Gewaltbereitschaft eines Menschen, dann geht in den Wald und meint eine Baumstämmerhose an. Bis auf die Birken. Überhaupt scheint die Haupteigenschaft von Rechtsradikalität in einer bestimmten Terminologie zu liegen. Jedenfalls wird die voran recht bekämpft. Scheiß auf die Ursachen, mach was gegen die Symptome. Die sieht man wenigstens. Haha. Viele Symbole, die jahrtausendelang eine völlig andere Bedeutung hatten, sind jetzt verboten, weil sie zwischendurch unter anderem auch mal von Nazis geklaut wurden. Herzlichen Glückwunsch, Händler. In dem Punkt warst du erfolgreich. Bis heute. Und wie ich immer erwähne, wenn man diese Zeit, ohne gleich hektisch zu beteuern, dass er das ja alles ganz schrecklich findet. Also sorry, ich setze das voraus, dass denkende Menschen eine Zeit, die Unterdrückung und Gewalt schrecklich finden. Das muss man nicht jedes Mal mit ansagen. Und wenn es doch noch mal jemand hören will, kann er ja nachfragen. Aber hört auf, sofort jeden unter Generalverdacht zu stellen, der mal versucht, ergebnisoffen zu diskutieren. Ich bin mal gespannt, ob sich irgendjemand über meinen Videotitel aufregt. Immerhin lässt er meine Meinung ja streng genommen offen. Um mich abzusichern, hätte ich schreiben müssen, über Scheiß-Nazis. Statt dessen gehe ich mit Fragen oder Argumenten an dieser Halter. Das Schlimmste, was man mit diesem Thema machen könnte. Denn es geht ja nicht um meine Meinung. Das war niemand der Vorwurf. Autobahnen gut zu finden, ist ja nicht böse oder rassistisch. Nein, es ist was viel Schlimmeres. Es ist taktlos. Und als Deutscher sollte man nicht taktlos sein. Man sollte sich lieber ganz bedeckt halten und ein schlechtes Gewissen haben. Tut mir leid, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde als unschuldiges Kind viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zufällig in Berlin geboren. Und sogar dafür konnte ich nichts. Ich habe mit Hitler genauso wenig gemeinsam wie mit Stalin, Genghis Khan, Genghis Khan oder anderen Massenmördern. Das Einzige, was ich mit Nazis gemeinsam habe, ist, dass ich mich für ihre Verbrechen schämen soll. Und das sehe ich einfach nicht mehr ein. Ob unser Staat als juristischer Nachfolger des Dritten Reichs noch irgendwie zur Verantwortung gezogen werden kann, das ist eine völlig andere Frage. Aber ich als Privatperson möchte nichts mehr von irgendwelchen Erbsünden hören. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich bin auch nicht schuld an einer Kreuzigung, die 2000 Jahre her ist. Wenn Gott seinen Sohn lieber töten lässt, anstatt uns einfach so zu verzeihen, dann soll er das machen. Ich halte mich daraus. Und noch was. Hört auf, Nazis auf Wörter und Symbolen zu reduzieren. Hört auf, verklemmte Phrasen zu dreschen und damit echten Rassismus zu banalisieren. Denn Überraschung, sowas gibt's. Da draußen rennen Leute rum, die wirklich davon überzeugt sind, mit dem Auslöschen bestimmter Menschen die Welt zu verbessern. Und da ist mir auch völlig egal, ob das jetzt Deutsche oder Arabische oder Amerikanische Fanatiker sind und ob die sich jetzt auf die Hautfarbe oder die Herkunft oder die Religion einschließen. Deutsche Rechtsradikale sind riesen Arschlöcher, so weit gehe ich mit. Aber sie verdienen keinen besonderen Respekt, nur weil sie es schon mal geschafft haben, im Weltkrieg anzuzetteln. Meiner Meinung nach verdienen sie gar keinen Respekt. Durch, wenn man das gerade ist,